Glauben Sie, dass die Bonushöhe Ihre Einbildungskraft noch mehr beflügeln kann? Ja, jetzt ist es wirklich möglich. Wir stellen Ihnen die Diamond Pools vor, eine neue unglaubliche Möglichkeit mit Ultima zu profitieren. Wie das geht, erfahren Sie gleich. 10 Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf des Hauptprodukts in einem bestimmten Zeitraum werden in drei Pools angesammelt. Diese fantastische Summe wartet auf die Helden, diejenigen, die die Voraussetzungen für die Qualifikation für den Pool erfüllt haben. Nach der Bilanzziehung wird der im Pool angesammelte Betrag unter allen Personen aufgeteilt, die diese Bedingungen erfüllt haben. Der Umsatz von einer Million Euro in der Gesamtstruktur eröffnet Ihnen den Weg zum ersten Pool. Sobald Sie zehn Millionen Euro erreicht haben, gelangen Sie in den zweiten Pool. Und ab einem Strukturumsatz von 100 Millionen Euro können Sie am dritten Pool teilnehmen. Die Belohnungen für die Teilnahme an den Pools werden in BSP ausgezahlt, einem Token, für dessen Halten man täglich Belohnungen in Ultima erhalten kann. Vergessen Sie nicht, dass für diesen Bonus folgende Qualifikationsbedingungen gelten. Die Höhe des Partnerumsatzes muss in den ersten drei Linien mindestens 5000 Euro im Monat betragen. Dabei gilt die Regel der Partnerbeine in folgendem Verhältnis. Erstes Bein höchstens 50 Prozent des Partnerumsatzes, zweites Bein höchstens 30 Prozent des Umsatzes, drittes Bein die restlichen 20 Prozent. Nutzen Sie alle Möglichkeiten von Ultima Business mit den Diamond Pools. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und schnelles Wachstum.